Moin zusammen! Es geht jetzt zu dritt ab in den Challenge-Mode nach Tanglewood und ich glaube, die beiden haben auch schon ein bisschen zusammen gemacht. Ich glaube, die brauchen noch zwei Durchgänge. Ich brauche noch einen und dann schauen wir mal, wie es hier wird. Ja, dann lasst uns kurz die Items vorbereiten. Wir sind ja mega schnell, das geht ja rucki zucki. Soweit ich weiß, gibt es nur zwei Beweise, stimmt das? Ne, man hat alle drei hier. Ja, man hat alle drei. Ja, echt? Also ich hatte immer alle Beweise gehabt bei mir. Nee, es sind nicht immer drei Beweise, es kommt drauf an, aber hier in dem hier hat man alle drei Beweise. Ich schreibe das ja immer in meine Beschreibung rein von den Videos. Da stehen die Beweise drin, die Grace Period und so weiter. Also schaut unten in die Beschreibung, da seht ihr die ganzen Einstellungen. Bis gleich! Okay, dann rein da. Ach ja, der Brecki ist ja automatisch an. Ich habe das total vergessen hier in dem Motorrad. Ähm, Küken fotografierst du die ganzen Cursed Possessions oder will Kitty das machen? Ähm, ich mache das von mir aus. Ich dachte, ich habe gerade die Breakerbox gehört. Ja, suche schon mal Knochen. Okay, in der Garage ist ein Versteck. Dann hat er bestimmt Kerzen ausgepustet oder so. So, Schaflote, verlochen von dem EMF. Ne, ne? Nee, nicht von dem EMF. Der ist hier im Badezimmer. Ja man, ich wünschte ich hätte das T1 Thermo. Es gibt nur drei Cursed Possessions, soweit ich weiß, oder? Hier die Laterne fotografieren. Insgesamt acht. Hier die Laterne. Also, ich meine jetzt in dem, äh, Cesh, wo es hier ist. Alle Cursed Possessions sind da. Alle acht. Ja, okay, dann mach. Viel Spaß beim Suchen. Du willst das spielen? Hier, für den, äh, morgen schlafen. Ich will machen schon. Nein, nein, nein. Den Spiegel habe ich. In Nancys Zimmer ist zum Beispiel die Musicbox. Kannst du? Hier die Tür. Kann dir jemand fotografieren? Badezimmertür. Hier. Siehst du hier? Die Badezimmertür hier, die nicht drückt. Wir haben Fingis. Fingis, UV. Ach stimmt, dieser Schaf. Ja, okay, okay, geil. Jetzt tun wir mal weiter. Soll ich den Sommernrein zu fotografieren? Nein, den habe ich schon, Mama. Aber, ja, ich habe den Knochen. Ich habe, ich wollte gerade sagen, wir haben den Knochen. So. Ey, das ist ja krass. Wir haben auch noch zwei Fotos, nur durch. Ich kann es schon nicht. Wenn du willst, kannst du hier Fingis fotografieren kommen. Und die Tür. Er hat die zweimal angefasst, also die Fingis und die Tür so nochmal fotografieren. Da hat er gerade nochmal angefasst. Das ist auf jeden Fall eine Interaktion drauf. Ja, der hat wieder die Fingis genommen, siehste? Alles voll. Alles voll. Ja, Album muss dann voll. Ja, du kannst ja nachher auch mal nach den Temperaturen schauen. Boah, ich hasse diese Smarties. In dem Badezimmer ist er. Okay, Phantom, Polty oder der Mimik. Mimik kannst du ja mal mit den Kameras schauen. Oh, hallo, da, Geisterfoto. Ja, zu spät. Es ist der Nackte. Ich kann besser in den Halbenskunden machen. Du kannst auch kurz die Dots ausmachen, um im Orb zu sehen. Einfach draufklicken. Achso, mehr hab ich ja nicht. Was haben wir denn hier noch? Das Buch? Oh, es könnte noch ein Mimik sein. Also, ich hab ja mal Ops. Das stimmt. So, sammeln wir mal ein paar Buchgesichter. Wollen wir mal gucken, ob der Amts tagt? Ey, ja, wir können da im Wohnzimmer uns hin hocken. Ich hab da schon einen Sensor stehen. Hier ist noch eine Kamera. Da ist noch ein Parabol. Was haben wir denn hier noch? Boah, ich hasse diese Smarties. Ey, die ziehen einen so blöd auf die Seite immer rüber. Das ist so nervig. Okay, Poltergeist, Phantom und Mimik. Ihr könnt ja den Sensor da im Auge behalten. Ich hol schon mal ein paar Items für den Polti. So, was können wir hier noch nehmen? Das, das, das. So, was sind noch die Aufgaben? Crucifix, Escape during a Hunt. Okay. So, dann brauchen wir noch das Crucifix und während des Hansen kommen. Ich glaube, Phantom hätte Dots. Sind die Dots da hinten noch an? Ja, das sind Dots. Okay, da müssten wir je nachdem mal die Dots beobachten. Wir könnten aber auch einfach den Summoning Cycle benutzen und den da fotografieren. Brauchen wir denn ein gestern Foto oder was? Ja, wegen dem Phantom, weißt du. Dann kann man, wenn der verschwindet, wissen wir dann, dass es ein Phantom ist. Ach so. Die Kiki würde sagen den Summonite-Zirkeln. Der hat's auch letztens. Summonite-Zirkeln. Warte mal, ich guck mal kurz nach unserer Sanity. Unsere Sanity ist ziemlich niedrig. Komm am besten hier kurz zum Truck und nimm einmal Sanity. Weil wenn wir den Zirkel anmachen nachher, dann... Ja, ich nehme zwei. So. Okay, geh zum Zirkel mit einer Kamera. Ey, Event, mach ein Foto. Mach ein Foto. Wo ist die Kamera? Wo ist die Kamera? Wo ist die Kamera? Hier lag vorhin eine. Mach ein Foto. Ist ein Phantom. Phantom. Wir können trotzdem den Zirkel benutzen noch nachher. Okay, schnell runter zum Zirkel. Summonite-Zirkeln. Geht ein bisschen zurück vom Zirkel, damit eure Sanity nicht mitdroppt. Denkt dran, der hantet danach. Lauft also direkt weg. Und... Hallo, Geist! Lauft! Lauft weg! Wer ist wieder mal nicht weggelaufen? Ich hab doch gesagt, der hantet danach. So, jetzt müssen wir nur noch warten, bis er das Kruzi benutzt. Meine Sanity ist sehr wahrscheinlich jetzt gerade am Arsch. Ich kann den Spiegel gucken, meine Damen. Warte mal, ich guck mal kurz nach der... Boah, ich hasse dieses Mats. Und... Sanity ist 11%, der wird gleich von alleine sowieso hanten. So, dann warten wir mal kurz auf den, dass er hantet. Ja, die Kiki, warum bleibt sie da einfach stehen? Die Kiki, warum bleibt sie da einfach stehen? Das sah so bescheuert aus. Ja. Ja. Okay, wir können... So. Oh, warte, weil sie gestorben ist, sind wir dem nicht während des Hans entkommen. Kiki, wegen dir müssen wir dem jetzt noch entkommen. Ach Mensch, Mama. Küken, schnapp dir auch mal einen Smudgy, aber denk dran, der zieht dich eben blöd durch die Gegend. Und denk dran, es ist ein Phantom, der ist die meiste Zeit nachher unsichtbar. Ich glaube, in dem Schrank oder im Wohnzimmer sind noch Smudgies. Ja, schab ihn mal. So, ich hab zwei zur Not. Dann kann man ja mit dem durch die Küche flitzen. Die Sensoren, die zeigen den eben auch ein bisschen, aber eben nicht so gut wie die T2 leider. Bei dem Gänse muss ich alles trunnen, komm mal, das war easy. Ja, aber siehst du ja, bei einem Phantom ist es einfacher, den so rauszufinden, anstatt ewig auf die Dots zu warten. Wir müssen nur aufpassen, der kann auch auf uns anfangen zu handeln, weil der hier rüber kommen kann, aber dafür haben wir ja die Sensoren. Ja, wir haben ja einen Kruzifikationspult. Ja, da liegt noch eins auf dem Sofa. Ich will nur die Küche clear halten, damit wir dahin laufen können. Okay, es geht los. Ghosty, 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 Ghosty. Hey, Unsichtbarer. Smudge, Smudge! Warum smudzt du nicht? Ich dachte, du smudzt. Leute. Oh mein Gott. Leute, hier ist was los. Ich weiß es nicht. Ghosty, over here, over here. Ach ja. Ich dachte, er smudzt sich selbst. Ich weiß es nicht. Das ist lustig hier. So, ich stamm den Geist mal einfach zum Spaß. Nein, meine FPS! So, denk dran, Phantom einzutragen. Oh mein Gott, hier ist was los, es ist ja der Challenge-Mode, keiner verliert hier was. Ich dachte, du smudzt selber und ich mach den zweiten Smudge. Du hättest ihn ja auch smudzen können und ins Versteck laufen können, du hättest ja nicht in die Küche mitkommen müssen, aber ich dachte, du smudzt ihn selber. Ja, die hat dir gedacht, die haben eben alleine jetzt zwart, weil ihr im Sinn gemacht, ihr sagt, lass die alle sterben, scheiße, Jan. Ich sterbe mich und nie gestorben. Ich hab zu dir gesagt, ihr müsst euch verstecken, wenn der da in dem Cycle kommt. Ich wollte um die Ecke kommen, flitzen, die Treppe hoch, und bist du tot. Ja, scheiße, ich sterbe hier und wir machen das nichts. Wenigstens hab ich jetzt 5.000 Dollar schon gekriegt. Dann komm, ich steine, Arjan. Umso oft du sterben, desto besser für mich. Na, hast du Phantom Millade eingetragen? Ja, hab ich. Ich stell mir vor, schon lange ist am Anfang. Am Anfang. Du bist noch nicht so, wie er sonst gekommen ist. Gar nicht. Der hat gar nicht seine Fähigkeit benutzt, okay? Arschkeks. Aber hast du es gesehen, wie der immer gestunt wird von dem Smudge Kiki? Jetzt weißt du ja, wie der T3 funktioniert, ne? Alter, ich bin so unter Stress, da wusste ich nicht mehr, wie smudgen funktioniert, ey. Ja, rechts legt. Du musst aber natürlich ein Feuerzeug haben. Das ist doch egal. Du stirbst eben. Du stirbst, du stirbst. Das ist doch egal. Es ist ja nur der Challenge-Mode. Ihr verliert ja nichts hier drin. Am Ende hab ich ja trotzdem abgecashed. Ja, genau. Das ist ja der Challenge-Mode. Deshalb ist es nicht schlimm, hier zu sterben. Ich hoffe, ich sterbe in der letzten Runde. Genau so, weil da kann ich als Geist viel mehr gucken und machen und tun. Und mich kaputtlachen und alles. Ja, kannst du gucken, wie der Geist immer gestunt wird. Aber er lässt sich bestimmt noch selber fühlen. Ja, genau. Okay, dann aufzerwiesen. Ich bin nur noch ein Geist rein. Das ist kein Problem. Ja, genau. Vielleicht haben wir ja einen Deochen. Ja, dann stirbst du sowieso. Das ist klar. Also, rein zum Deochen. Ach, hier ist was los, ey. Kiki musste mal wieder als erstes tot sein. Aber habe ich nicht vorher bei dem Cycle gesagt, dass ihr euch verstecken müsst und weglaufen müsst? Sonst war das nicht eindeutig. Ja, ich will ja schon ins Versteck in den Keller gegangen. Das ist ja hinter die Bretter. Und Kiki stand da einfach nur beim Kühlschrank. Wie immer. Okay, wir bereiten dort vor. Okay, dann suchen wir doch mal. So. Komm schon Geist, sei in Diemen und kill mich einfach. Okay, perfekt. Was ist das für ein roter Schimmer dahinten? Was ist das für ein roter Schimmer dahinten? Ja, aber wo? Na, hier nicht. Na, im blauen Zimmer nicht. Der ist aber irgendwo hier in der Nähe, glaube ich. Na, die Sensoren schlagen nicht aus. Der hat die Kerze ausgemacht. Der hat die Kerze ausgemacht. Welcher Sensor war das jetzt? Toll, ich weiß nicht welcher Sensor das war. Wenn sie wieder das schreckliche T3 nehmen. Okay, Airball. Ich dachte gerade, der hat Licht ausgemacht. Blaues Zimmer, hm? Okay, der Geist ist vorne im blauen Zimmer. Satz, Kamera, wo sind die Bücher? Schau mal schön, wenn ich aufs Bett kommen würde. Wo sind denn die Bücher hin? Antwort nicht. Hast du die Kirst Possessions schon alle fotografiert? Okay, mal gucken. Wir haben hier ein Versteck. Buchgesicht. Kannst du das Buch fotografieren? So, wir haben ein Buchgesicht. So, dann nehmen wir die mal mit hier rüber. Na ja. Mann, ich hasse es. Wenn die einen so blöd rüberziehen. So, falls wir den hier durch die Gegend ziehen werden. Was ist das Küken rausgeflogen? Ja. Ach, schade. Ich dachte, das Notflug ist besser. Warum passiert das denn dauernd? Wo ist das erste Mal, was da passiert ist? Wie gestern ist das aber auch schon ein paar mal passiert. Ja, ist doch gestern auch passiert bei Sunny Meadows. Achso. Achso. Ist das nicht mehr bei Sunny Meadows am Ende? Da ist das doch auch passiert. Okay. Oh, Gitarre. Haben wir hier ein EMF? Okay, kein EMF? Okay, immer noch kein EMF? Muss man ein bisschen auf die Sanity aufpassen. So, Parabol dahinten. Äh, welche Cursed Possessions haben wir denn schon alle? Ouija Board, Voodoo Y'all, Haunted New York. Bapp, bapp, bapp. Ach Mann, ich war gerade im Buch. Das ist doch gemein. Ist auch noch ein Buch? Ja. Das war jetzt gemein, ey. Eine Kamera lag hier, die andere lag hinter mir, weißt du? Ähm, die Music Box hatten wir. Okay, dann mach ich noch was. Ja, echt ey. Das machen die bei This is a Ghost, machen die Geister das immer besonders gerne. Okay, das nächste Buch. Okay, wir haben auf jeden Fall ein Buchgesicht. So, dann gucke ich nochmal kurz nach Gefrier. 0,6, wir haben Gefrier. Okay, also Morreu, Demon, Revenant, Shade. Ich glaube nicht, dass es ein Morreu ist, weil der einfach nicht auf die Box antwortet. Where are you? Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? What do you want? Why are you here? Show yourself. Are you here? Are you close? Are you a child? Are you old? Also es ist keine Box, deshalb ist der Morreu schon mal raus. Der Demon hätte UV, UV habe ich auch keins gesehen, also kein Demon. Könnte ein Revenant oder ein Shade sein. So, der Revenant hätte ein Orb und der Shade hätte eher ein F5. So, Dots ist nicht mehr möglich, dann mache ich die Dots mal aus. Ja, glaube ich auch. Ja, da ist der Orb. Orb ist drin, also Revy. Achtung, Link. Ich dachte, er wäre in Hand. Hier sind es. Smudgies in dem Schrank, falls du die brauchst. Du kannst ja ein Feuerzeug holen. Hä? So. Was brauchen wir denn noch für Aufgaben? Oh, 25%. Okay, dann mache ich am besten wieder den Summoning Cycle. Du kannst ja diesmal im Versteck bleiben. Ja. Ich überlege nur gerade, ähm, habe ich noch irgendwo den letzten Smudge? Ja, sonst klaue ich mir hier noch einen raus. Ja. Man weiß ja, mit einem Revenant muss ja immer gespielt werden. Hand! Joost, komm over here! Joost, komm to me! Hey! Sag mal, warum hat der die... Ich bin schon wieder zu mir gegrüßt! Hä? Warum... Die ist gerade auf mich zugesprintet. Warum ist die zu dir? Hä? Ja, Kiki ist schon wieder tot. Ich wollte den Geist gerade zu mir locken und, äh, der... Ja, 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 du Kleiner! Weißt du, ich wollte die gerade zu mir locken, weil ich dachte, ja, ist ja ein Revenant, mit dem muss man spielen und, äh, ja. Was ist denn mit dir los? Warum ist unsere Sanity so am Arsch? Also, nee. Das ist weird. Okay, brauche ich keine Cursed Possessions. Passt ja. Ihr seht ja, Cursed Possessions sind total sinnlos. Das braucht ihr gar nicht. Jetzt rastet die aber aus hier. Ich hasse den T3 Smudge. Ich werde wegen dem Ding gleich drauf gehen, ey. Aber das war mir zu kurz. Mit einem Revenant muss man spielen. Komm her, Wavy! Wavy! Wavy Pants! Außerdem muss man noch entkommen. Wavy! 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 Hier! Wavy! 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 Hier! 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 Dann krabbelt die? Hier! Ach, sie ist ins Salz! Wavy! 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 Der Hund hat doch nicht mal lang genug gehalten! Wavy! 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 Eintragen Abfahrt. Oh mein Gott, ey. Ach, hier ist immer was los. Den Knochen hatten sie glaube ich, also müssten wir... Ja, wir haben wieder ein Perfect Game. Das heißt, selbst bei meinem niedrigen Level müsste ich jetzt ein bisschen mehr Zustand bekommen. Ah, cool. Ich glaube, bei 17 habe ich alles. Also nur noch ein Level. Perfekt. Okay, so, das war es mit dem Challenge Mode. Rein ist Chaos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.